Hallo und herzlich willkommen zurück bei ARC Evoration. Oder wie züchte ich Revenger? Och, jetzt macht sie alle drei? Okay. Meines Dunkelbaby gefällt mir richtig gut, also ich bin gespannt, was bei dem da rauskommt. Wobei natürlich da hoffe ich auf einen guten Level. Trinkt zwar nichts, weil die Level nicht dazu zählen, aber es macht ja nichts. Es stört interessanterweise nicht beim... Ja, du bist immer noch die Größte. Gut. Ich habe jetzt schon ein paar von der Sealings mitbekommen. Und die bauen wir jetzt erst einmal... Ich würde fast sagen, bauen wir es da ran. Ja, bauen wir es mal so, wir können es ja wieder mitnehmen. 70, 40... Okay. Also kann drei gleichzeitig begarten. Da sind wir aber froh, dass du das kannst. Ja, 70, 95 und 112. Ich verstehe. Mhm. Nein. Okay, ich würde sagen, jetzt sind sie alle schwanger. Behaviour Disabled Wandering. Behaviour. 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 So. Gut. Jetzt haben wir wieder 25 Minuten. Wenigstens muss ich mich an eine gewisse Folgenlänge halten. Kann man es auch sehen. So, die ersten paar Babys habe ich jetzt in die Ecke da oben geparkt. In der Hoffnung, dass ihnen da nichts passiert. Da hinten stehen sie. Gleich nehme die Pflanze, habe ich sie gestellt. Weil ich da eh so oft vorbeigehe. So. Null. Ich habe ja vorher gesehen, dass das snappt und dass das weiterführen möchte. Also probieren wir es jetzt einmal so. Es schaut fast so aus, als hätte ich es jetzt erwischt. Und pick up, pick up und pick up. Schauen wir mal. Ja, es schaut gut aus. Wenn da da noch was durchkommt, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, was ich dann mache. Vielleicht wirklich irgendwelche Tourists aufstellen. Da bräuchten wir es jetzt so schräg. Genau. Da bräuchten wir es wieder so schräg. Oder so. Genau. Und hier bitte. Ja. Genau. Ich denke, das wäre okay. Also wenn auf der Seite jetzt noch was reinkommt, dann weiß ich auch nicht. Da müssen wir es echt komplett zumachen. Aber ich denke, das könnte reichen. Ich sehe gerade ein Loch. Das gefällt mir gar nicht. Mist. Ja, aber da kriege ich nichts mehr rein, oder? Ja, so schräg vielleicht. Genau. Das sieht gut aus, ja. Also jetzt sollte theoretisch da nichts mehr reinkommen. Natürlich könnte da beim Wasserfall immer noch ein Drick kommen. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass das nicht passiert. Das ist eine Schwachstelle, weil hier ja diese Türe ist. Und hier werden wir normale Wände mal bauen. So, jetzt gehen wir mal hier hin. Eins, zwei, drei, vier, vier. So. Okay. Ach, hallo, Spinner da unten. Gefällt mir voll, was ich da sehe. Da brauche ich so eine Doppeltüre. Die müsste ich mir von oben dann holen. Naja, und da geht es jetzt weiter. Du musst es dann selber erst verlegen. Hm. Was mache ich denn da? Ich weiß es gar nicht. Wie weit seid ihr? Vier. Fünfzehn Prozent circa. Okay. Mhm. Sieben. Okay. Sehr gut. Mhm. Ich könnte hier mit so Dreiecken arbeiten. Danke. Ich könnte... Ich habe doch hier so Dreiecke schon gebaut. Oh Gott. Genau, die Ceilings. Genau, die Ceilings. Mhm. Die. Und dann hier. Nee, das ist Quatsch. nicht. Und so. Und jetzt dann... geht nicht, weil der Support fehlt. gut. Pick up. Dann nehmen wir mal eine Foundation, eine normale. eine Stone Foundation. Könnten sie auch noch mit der Triangle Foundation probieren. Ich bin schon klar. Könntest du das nicht snappen? Warte mal. Nee, kriege ich nicht hin. Nee, kriege ich nicht hin. Er will unbedingt snappen. Hm. Wie schaut's nicht so aus? Schaut scheiße aus, oder? Vor allem, wenn ich mir dann anschaue, wie das hier aussehen würde. Lass sie mich mal durch, Kleiner. Danke. Nö, das geht mal gar nicht. Schaut bescheiden aus. Okay, und wenn ich jetzt sag 8, dann baut er sofort, dann snappt er direkt. Und was ist, wenn ich es jetzt so probiere? Weg damit. So. Das mal eben wegnehmen. Okay, also 8. Und dann da. Und da bauen wir Rampen runter. Dann wäre das hier so. Und so. Und hier würde es so ausschauen. Ist das wenigstens dicht? Das wäre jetzt dicht. Okay. Damit könnte ich also leben. Solange es dicht ist. Aber wir haben jetzt keinen Überhang. Halt, halt. Moment. Wir müssen ja noch eins rausgehen. Das heißt, wir bräuchten Ceilings. und zwar ein paar. Mehr als vier gehen gerade nimmer. Warum? Stein. Nein, Holz. Beides. 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 Ich brauche hier irgendeine Art von Ende. Ja. Weil wenn ich das so mache. Zwei. Drei. Vier. Dann müsste ich es so machen. Wäre aber auch okay, denke ich. ganz sicher. Und dann könnte man sagen, hier neun und neun weiter. Da bräuchten wir rampen. Da brauchen wir auch ganz dringend eine Rampe. Eins, zwei, drei, vier. Und da könnte man weitermachen. Irgendwo müsste man dann eins runtergehen. Vielleicht eh schon dann hier. Ja, geht sich da noch eins aus? Nein. Ich bräuchte einmal das hier und ein paar mal das hier. Ja, geht schon, es dann wirklich aus zu sein. Okay. Acht. Aha. Moment, sieben. Was ist, wenn ich da unten die Spikes hinsetze? Beide kommen dann wahrscheinlich durch. Hm. 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 So, scheiße. Ah, ha, ha. Pick up. was ist, wenn ich hier schon sage, 8 genau 1, 2, 3, 4 weg damit, so und dann hier geht es dann stelle ich fest, dass das nicht zusammen passt dass das nicht daran gesnappt ist, wie ich das gerne hätte woran snappt es dann? du musst doch daran snappen 9 0 ok, passt ja doch so, 9 und 9 1, 2, 3 und 4 sehr gut und oben drauf macht man dann wieder so einen Wehrgang bis wir jetzt mehr haben machen wir das ganze sicherheitshalber mal so zu ok da ist nicht zu und da ist auch nicht zu ist doof ja, gut so, Moment wir brauchen dann einmal Futter wir sind jetzt bei 17 Minuten äh äh jump ah genau also dann hitsch Dino follow so so ihr drei hübschen ihr kommt mit ihr wollt jetzt Babys kriegen habe ich gehört ja kommt es mal mit ich würde sagen wir stellen euch einfach hier dazu oder? du bleibst einmal da stehen bleibst hier stehen und du bleibst hier stehen und du bist richtig schön dann schauen wir mal was dieser Karakin unser macht wie nix ok so, wie viele Minuten haben wir noch? sieben Minuten ok kommen wir noch eine Rampe bauen haben wir die noch gar nicht klärend? keine Rampe oder so warte mal Stone Rampe joll also dann hätten wir gerne das hier geht nicht weil Stein fehlt ok gibt es hier Steine in der Basis? Jüdi, findest du hier noch irgendwelchen Stein? ich fürchte die Antwort ist nein ist noch nicht respawned ist noch nirgends respawned gut gut, dann kommen wir gerade nicht raus Leute dann seid ihr jetzt unsere Hauptdarsteller ich gehe nach oben so wir brauchen da noch endlich Mistkäfer die Birnen da oben in Sicherheit bringen werden ja, es dauert noch so, was haben wir denn da noch? wir haben ja hier auch noch was wir hätten ach, wir haben auch keine Double Door schade ich habe mir gedacht da war noch was da wir hätten hier noch Wassergläser das kann man droppen Mist, ja wir haben zwar noch ein bisschen Fungelwood aber sonst nichts so schade ok also was sind noch für nehmen und Spaß haben ist du schon was geerntet? so 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 vier Minuten ok geht leider auch so kein Stein da herinnen nö nur über Bären schade ja sie sind nur Bären zum Aufheben fünf so wie geht's denn euch gut nehme ich an was für Werte hast du beziehungsweise hast du vielleicht du hast keine Mutation ok keine Mutation auch keine Mutation schade wenn ich jetzt sage bitte keine Drillinge halte zieh euch da dran also wir haben jetzt hier drei Meter es wäre schön wenn da jetzt nicht zufällig auch noch Drillinge rauskommen außer bei der 112 da würde ich mich vielleicht sogar freuen wenn es gute Werte sind ist schwierig ja gut ich würde mich über alle freuen ja über jedes einzelne Baby freue ich mich mhm so so jetzt bleibt sie mal da stehen ich habe Hunger ok 1,32 1,32 ja ok mal schauen welches als erstes kommt Mädels ich höre jetzt die ganze Zeit Wasser bei euch müssten sie eigentlich so richtig äh ok da würde auf jeden Fall jetzt eine Schlange durchkommen zum Beispiel die würde hier durchpassen aber da ist jetzt wenigstens mal alles zu also hoffentlich haben wir in der Ecke jetzt Ruhe und dann könnte man es echt benutzen zum Abstellen von den kleinen Dinos und nein ich verkleine die Basis nicht aber ich baue trotzdem um ich baue dann überall oben so eine Art Werbung ein wer will zuerst wer hat noch nicht du willst komm her da war der nächste du except rein da wo fehlt es noch except rein da waren alles Einzelkinder schauen wir mal sich jetzt mal übernach ja da ist keiner mehr da ist keiner mehr ich habe auch keine Routeschrift mehr gesehen alle drei mitkommen was haben wir da ein männliches 79er ein männliches 92er also jetzt kriege ich schon aber lauter Männchen und ein weibliches 83er keine Mutation keine Mutation und leider kam das Dunkel von der Mama gar nicht durch auch bei dir nicht und keine Mutation auch Mann was muss ich denn tun um bei euch Mutationen zu haben aber immerhin haben wir da eine mit 92 da ist schon nicht schlecht schauen wir uns mal die Werte von dem an Leben ist nicht besonders hoch Mutationen zu haben Mutationen zu haben Mutationen zu haben die Mutationen zu haben okay ja mal schauen was es denn wird so ihr kommt es einmal mit ihr drei stellt euch nicht jetzt daher Stop haben wir da Platz da haben wir Platz vom Theater so Behavior Disable Wandering Behavior Disable Wandering und bei dir auch die Mutationen zu haben noch so jetzt haben wir dann auf jeden Fall sechs Junge und könnten ja dann eigentlich bald wieder weitermachen mit den mit den ersten Müttern ich glaube ich habe die Werte vielleicht aber etwas oder egal na komm gib mir die Perlen auch ja oh Rote Rote ist immer gut nimm alle nimm alles nimm alles so wenn ich wo war das So, alles da rein. Hat sich gelohnt, ja. So, die anderen fressen ja schon brav aus dem Fotodrog. Habe ich da gerade etwas zu viel reingedampet, ja. Jo, habe ich. So. Na, wunderbar. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich muss mich jetzt ein bisschen um die Babys kümmern. Ja, ich werde auf jeden Fall warten, bis die anderen jetzt auch 10 Prozent haben. Denk schon, ja. Also, wir sehen uns dann demnächst wieder. Ich sage Tschüss, Tschau, Baba, bis morgen. Tschüss.